Es ist aber unschön jetzt. Ich wollte Lars jetzt nicht diskriminieren. Ich gehaufe mit Loch. Dem merken wir uns. Er tut so. Er kommt Gegner mit rechts von uns. Junge, die drohen, Alter, ich hab Angst. Hilfe! Ah geil, das ist ja sogar Teil der Quest. Ich hab mir kurz vor der Kirche die seine Sniper gezogen. Nur, dass du es weißt. Jetzt soll ich nur noch Aim haben, dann könnte ich auch jemanden töten. Ich hab nur so getan, als ob du verstehst. Aber es sind zwei mindestens. Zwei mindestens. Zwei Gegner sind mindestens. Wir fliegen ja überall noch Drohnen rum. Da liegt ne Goldene Heavy Sniper. Oh mein fucking Gott. O.M.F.G. Oh mein Gott, das ist der beste. Irgendwo dahinten, da ist gerade ne Drohne runtergeschossen. Irgendwo dort. Ich komm gleich zum Helfen, ne. Ich seh es. Ich hab ne Heavy Sniper. Ich hab ne Sniper für dich. Nein, nein, geht ein. Ja, 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 ja. Ein Stockwerk über dir liegt einfach ne Heavy Sniper. Janik halte ich ein bisschen zurück. Wir kommen. Also ich komm auf jeden Fall. Ach man. Wie viel sind das? Wieso? Wieso? Mann. Guck mal, wir haben jeder von uns hat ne Sniper. Ist die beste Runde sowieso. Und da kommt dieser Hundeböcke, dicker. Die Fight noch. Schnell holt unsere Karten. Nein, die schießen die Dingsler. Ach so. Ja. Jemand wappen. Mann. Steht er da hinter der Treppe? Was soll ich machen? Nein. Nein. Ja, dann versucht wenigstens meine Karte zu holen. Stark. Ganz stark. Ganz stark. Ja. Ist nicht schlimm, wenn Philipp das macht, dann kann er uns alle hochziehen. Das ist nicht schlimm. Oh Gott. Boah, haha, Junge. Da ist er. Ja. Verfickte Kacke war das einfach. Junge, Philipp. Ganz starkes Ding. Verpiss dich. Mir gehört die Goldene Heavy Sniper, die da irgendwo rumliegt, alter. Ja, Kevin, ich hab, ich hab, ich hab, der ist, der ist, der ist das erste Mal sehen müssen, da kam ich erst, da kam ich erst ein Infanteriegewehr und hab ihn. Ja. 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 Ja, das war ich. Ey Junge, ich hab ja übel das sicke Inventar, alter. Das ist ja halt einfach der Wahnsinn. Das ist ja halt einfach der Wahnsinn. Ja. Ja, das. Ja, das stimmt allerdings. Also, über den Heavy Sniper würde ich mich auch beschweren. Du, ne, hab ich nicht. Kann ich dir was geben, tatsächlich. Ach, nur den 10 zu 82 Muni. Sorry. Du hast ja auch die Sniper abgezogen. Hier ist doch ne blaue AR, mit Muni sogar. Oh, Zone Zone Zone. Ja, wir sind schneller. Ja, naja. Na, es kommt jetzt. Und der andere da. Ganz starkes Ding von Philipp. Wer ist der Pissgelbe? Ja, okay. Der ihr. Ganz, ganz klar. Euer Kev. Ihr Kev, euer Kev. Cheese, euer Axel. So hat ja unser Busfahrer auf Abschied. Macht's gut, ne. Cheese, euer Axel. Euer Busfahrer. Ja, der Axel. Axel Voss. Axel. Schieß, euer Axel. Lars, wie läufst du denn? Guck mal, wo wir hin müssen. In die Zone. Was macht er denn? Ja... Ja, ich brauche eh keine Eier. Wenn du mir dafür Sniper Moon geben kannst. Ich bin viel schneller als die Zone. Was macht Lars? Er gönnt sich erst mal Zonschaden. Okay, stark. Ich bin halt Ehrenvolk. Ich bin halt Ehrenvolk. Ah, ich hab noch ne... Ich hab noch ein Lagerfeuer für uns alle. Okay, das ist ganz geil. Ja, ja. Ich hab auch Sassi-Fallschaden kassiert. Hä, hä. Hä, hä. Hä, hä. Hä, hä. Hä, hä. Hä, hä. Hä, hä, hä. Hä, 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 hä. Dann kommt zurück. Geh in den Wind anhauen und kommt zurück. Lassau, gehst auch so alleine nach vorne. Ja, gibst ihn mir nach dem Fall. Ab denn ein. Stark. Ich versuche von hinten zu kommen. Auf mich wird geschossen. Ja, ich muss dann... Äh, guck mal, warum finischt ihr denn? Wir haben nicht... Es ist... Ich hatte den eingesniped. Und nicht gefinisht. Janik, was ist eigentlich jetzt mit der... ganzen YouTube-Videos? Weiß ich auch nicht. Weil bei Lukas und mir zeigt sie nicht an, bei dir zeigt sie an. Die Feiten, die Feiten... Ne, der wird noch von Wallace angeschossen. Kevin? Okay. Der André kommt, der André kommt, aber der wird von oben irgendwo angelästert, aber der kommt. Kevin, kannst du mich holen? Huch. Philipp ist schon rausgequittet. Es gibt ja auch nichts. Genau. Der Es wird nicht zusammengebracht. Vielen Dank.